Musik 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 Kommen ein bisschen voll durch Also die Kamera füllt sie rufen, oder? Ja, ja. Da musst du mich drauf zeigen. Du willst das Make-N-Waffe nur so tun, weil das richtig passt. Oh shit, dieser Max Alex. Yo, was geht ab? Was geht? Heute wieder in meiner Transformers-Form. Ja, es ist gerade nur Level 2 von 3. Mein Segway ist leider kaputt. Ich will keine Fotos. Für die Bilder, für die Bilder. Du läufst aus der Tür raus und läufst im Auto wieder. Okay, genau gleicher Ablauf. Alles klar. Alles klar. Ja. Alles klar. Das ist schwer. Was war das? Hast du gerade gefurzt? Ich hab's aufgenommen. Nein. Oh nein. 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 Oha. Kannst du das? Von hinten machen? Pass. 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 Willkommen beim Behind von Undercover, übelste Halsschmerzen, aber es wird Grasfit. Copyright Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Willst du mal weiterhauen, bitte? Tick, tick, Mic check. Also wir sind vier Uhr morgens. Jetzt geht er gerade aufs Set. Es ist sogar 4.30 Uhr, glaube ich, oder? Ja, Mann. Ja. 4.31 Uhr. Wir treten gerade, ich glaube, eine der letzten Szenen. Und alle sind ausgepowert, alle sind müde. Außer Luke da. Und fertig. Und alle sind unter. Und alle sind ein paar Dinge. Okay. Wollanden. Und alle sind müde. Dann können wir uns in der nächsten Mal wieder. Und dass haben wir das noch mal wieder voir. Und alle sind умen. Und alle sind müde. 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 Es geht 6.00 Uhr in Karlsruhe und dann Marion kommt auf die Idee jetzt hier noch eine Runde rum zu driften. Für mich heißt es nach diesem Dreh direkt in der Schweiz Kickdown ohne Schlafen. Das Dreh ist ganz gut gelaufen, oder? Ja man, sehr krisse Aufnahmen. Das ist geil, seid gespannt. Ich werde das Dreh einfach auf dem Dreh auf dem Dreh. Da geht es mit der Verte.